So, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wie ihr sehen könnt, sind die beiden Söldner doch ziemlich weit weg und wir kümmern uns jetzt darum, an ihnen vorbeizulaufen, uns nicht sehen zu lassen und ganz woanders hinzugehen. Es werden noch genügend Söldner kommen, die auf der Jagd nach uns sein werden. Deswegen sollten wir auch schön vorsichtig sein und bleiben. Hier haben wir wieder ein neues Militärlager, das wir ausplündern können. Allzu viel dürfte es hier nicht geben. Schatztruhen, ja, ist in Ordnung. Und das war es schon wieder einmal. Kriegsvorräte müssen wir noch verbrennen und die sind in der Mitte des Lagers, also ist alles schicki. Schicki und Micky. Das hat doch gar keiner gesehen, ist doch alles gut. Und tschüss. Tja, wo die Pfeile herkommen, das werdet ihr jetzt gemerkt haben. Denn der dicke alte Mann ist schon längst drin und hat euch hier voll ausgenockt. Autsch. Vielleicht habt ihr ihn auch ausgenockt, das kann auch sein. Autsch. So, ist gut. Wieder einer weg. Oder zwei sogar. Dann bist du weg. Der scheint noch eine besondere Rolle zu spielen. Das ist schon wieder einer von diesen ganz besonderen. Erstmal alles einsammeln. Oh, da ist die andere schon. Oh. Ihr müsst euch um die andere kümmern, die ist gefährlicher. Oh Gott. Lass mich doch in Ruhe. Da trifft mich sogar der andere. Das hast du gut gemacht. So, viel Spaß. Wow. Ganz ruhig. Ich hab's gleich geschafft. Der Ort ist abgeschlossen. Ihr habt's für mich verbrannt. Ist alles gut. Ich hau hier ab. Gut. Sie wissen nicht, wo ich bin. Und ich hau ab. Alle sind sie hinter mir her. Alle fünf. Das kann sehr witzig werden. Oh je. Ich muss jetzt runter zum Strand. Da vorne ist noch was zum Entdecken. Aber es ist nichts Besonderes. Deswegen gucke ich mich da auch nicht großartig um. Oh, da sind richtig große Schiffe unterwegs. Hoffen wir, dass wir sie irgendwann kaputt machen können. Aber jetzt im Moment wird es keine Möglichkeit dazu geben. Oh. Alle sind sie auf der Suche nach mir. Und wir überleben es. Weil wir gut sind. Weil wir sehr gut sind. Bin ich zu nah am Mikrofon dran? Oder warum ist das immer so laut? Muss mich mal weiter wegsetzen. Versunkene Ruinen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das welche sind. Gucken wir uns hier mal um. Hier gibt es nur einen Schatz. Mehr nicht. Und wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt, den wir bisher noch nicht zugewiesen haben. Ach, will ich Ihnen schon zuweisen. Ich weiß es nicht. Und ich wüsste auch nicht wofür. Verschieße einen mächtigen Pfeil der 290. Jägerschaden anrichtet 290%. Die Effizienz von Brand- und Giftpfeilen wird um 150% erhöht. Du kannst auch Spezialpfeile nutzen. Möchte ich aber gar nicht. Ach, halte zum Aufladen RT gedrückt. Lass RT los, wenn der Angriff aufgeladen ist. Bündle deine Energie. Das mache ich sehr, sehr gerne. Okay, damit können wir die Leute noch weiter schleudern. Ich würde gerne auf die Piratenschiffe einfach so rauf. Und alles töten. Dann bräuchten wir die Schiffe nicht mal zu versenken. Da ist der Schatz. Ich habe schon einen Hai gesichtet. Das kann lustig werden. So, nichts wie weg. Wir waren gar nicht da. Und der Ort ist abgeschlossen. Damit sind wir jetzt soweit durch. Durch das komplette Gebiet. Das Einzige, was wir machen könnten, ist noch hier oben im Norden zu schauen. Und eventuell hier nochmal in den Süden zu gehen. Vielleicht würde sich da noch das ein oder andere Fragezeichen ergeben. Alle drei Söldner sind gerade auf dem Weg nach Norden. Dorthin, wo ich eigentlich hin will. Das ist so fies. Ich habe keine Ruhe. Nie lassen die mich in Ruhe. Ich bin ganz traurig jetzt. So, und im Schiff können wir noch das ein oder andere aufstufen. Das ist im Moment nicht möglich. Dafür fehlt uns Leder. Wir brauchen für alles Leder, außer für den Rumpf, dass der noch ein bisschen mehr aushält. Dann kommen wir die Sperre erst fertig. Dann brauchen wir die nie wieder zu machen. Und dann kommt als nächstes Rumpf und Ramsporn. Brauchen wir nur weitere antike Tafeln. Na, komm hoch. So, auf geht's. Der Staatsführer hier ist besiegt. Das heißt, wir könnten im Prinzip... Oh, ein Kopfgeldjäger jagt mich weniger. Wir könnten im Prinzip hier jetzt am Kampf teilnehmen und den Spartiaten diese Insel hier überschreiben. Aber vorher will ich alles fertig haben. Nicht, dass ich denen die Insel wieder wegnehme. Dann haben wir echt ein Problem. Dann haben die echt ein Problem. Müssen wir nochmal kämpfen. Nein, nein, nein. Das muss nicht sein. So, komm Pony. Das muss mal ein bisschen schneller gehen jetzt. Wir haben noch elf Stufen vor uns. Dann sind wir Level 50. Dann haben wir das höchste Level erreicht. Das höchste aller Gefühle. Und wir könnten jetzt schon die nächsten... ...anderen Kultisten kaputt machen. Na? Wollen wir noch was? Habt ihr den Gefangenen genommen oder sitzt der da einfach so? Ich lass den mal frei. Komm mal hoch. Ne, da hast du recht. Kein Dank wäre genug. Okay, wir können weitermachen. Und hier oben ist ein Tempel oder sowas in der Art. Aber es wird keine antiken Tafeln beinhalten. Ne, hier ist nur ein Auftragsgeber, den wir kaputt machen können. Um wieder mal ein bisschen was einzusparen. Tempel der Britomartis. Okay, sehr interessant. Es gibt wieder einiges zu tun. Dann machen wir den als letztes weg, damit wir nicht gleich wieder von allen getötet werden. Obwohl, nein. Wir machen ihn als erstes weg. Das wird das Beste sein. Nö, musst du nicht. So, tschüss. Okay, dann lassen mich wenigstens jetzt die anderen erstmal in Ruhe. So, schön. Schatz nehmen wir mit. Das war der Schatz Nummer 1. Oh, mit Pilgerstiefeln. Das ist interessant. Ich wollte dich nicht abrennen, sorry. Das war nicht meine Absicht. Ah, du stirbst jetzt eh. Pilgerstiefel in Gold. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber schön. Eine Kiste fehlt mir noch. Gucken wir gleich. Jetzt machen wir erstmal den Befehlshaber. Alle. Na also, geht doch. Guck mal, jetzt bist du doch schon fast tot. Leg dich bitte schlafen. Na, siehste. Geht doch. So, dann gucken wir mal. Da hinten ist noch die andere Truhe. Die ist weiter oben. Deswegen habe ich die auch nicht gleich gesehen. Ich war zwar vor ihr. Aber immer noch zu weit weg. So, ist gut. Oh, ich mag meine Rüstung. Die sieht so schön golden aus. Wenn wir jetzt noch einen besseren Helm hätten, am besten gleich den Helm des Agamemnon. Dann wäre alles super. Aber den werden wir so schnell nicht kriegen. Oh, ganz viele Schätze. Oui. Okay, geschafft. Dann sind wir jetzt hier so weit durch. Nehmen noch die ganzen Speere und so weiter mit. Pfeile. Joa, ist auch okay. Das kann dir egal sein. Ich muss weiter. Haben wir jetzt noch irgendwas, was uns fehlt? Eigentlich nicht. Wir sind so weit mit allem durch. Das einzige, was wir machen könnten, wäre jetzt hier zu diesem Questort zurück zu gehen. Doch gegen den Dieb war sie machtlos. Das machen wir jetzt. Und gehen anschließend noch oben lang. Oder gehen erst oben lang und dann anschließend unten. So. So. Also. Das war's für heute. Phobos, ich brauche dich. Ich brauche deine coole Pferdiness. Und ich brauche noch ca. 11 Level. Wenn du mir die verschaffen könntest, das wäre wunderbar. Aber jetzt verschaffen wir uns erstmal noch ein bisschen Leder, damit wir immer wieder alles schön aufstufen können. Gott sei Dank kostet das alles nicht mehr so viel. Und Gott sei Dank kriegen wir immer mehr Zeug. Was war das eben? Warum hat es hier so gewackelt? So geruckelt? Also, das war jetzt kein Bildfehler. Da ist irgendwas explodiert. Mein Controller hat ebenfalls vibriert. Nee, durchsuchen muss ich niemanden. Moin. Immerhin 23 Leder, das ist schon ganz gut. Und wir brauchen die Fragezeichenorte. Och Gott, schon wieder eine Festung. Ich wusste, ich hätte jetzt noch keinen Kampf machen dürfen. Ich hätte die Spartaner nur wieder alle kaputt gemacht. Sieht schon so aus wie eine Festung. Ja, Festung Kidonia. Irgendwas Besonderes ist hier noch. Ich will keinem Kampf entgehen. Ich will sie alle fertig machen. Wir schauen uns auch ganz in Ruhe um. Um alle mitzunehmen, alle zu entdecken. Da haben wir noch den Schatz. Da sind noch ganz viele Leute. Viel zu viele meiner Meinung nach. Und ein Leuchtfeuer. Da gehen wir als erstes hin. Damit die dann auch ja niemanden rufen können. Zur Verstärkung. Weder ihre eigenen Leute noch Söldner. Ich kann es kaum abwarten, dass wir irgendwann so stark sind, dass wir alle Söldner besiegen können. Mit Leichtigkeit wohlgemerkt. Und ich sollte viel mehr mit Feuer arbeiten. Ich merke ja selber, dieser permanente Schaden, der da drauf geht, das ist der absolute Hammer. Leuchtfeuer schon mal sabotieren. Nummer 1 ist weg. Söldnergürtel erhalten. Woher er auch immer einen Söldnergürtel hat. Du bist kein Söldner. Du bist einer im Staatsdienst der Athener. Gehen wir erstmal hier lang. Befreien die Spatiaten. Ach, verdammt. Genau, geht mir aus dem Weg. Hat der eine jetzt den anderen befreit? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich den nicht befreien können. Aber schön, die lenken jetzt wenigstens den Rest ab. Hier muss ich nichts mehr looten. Was? Wer hat mich? Ach, da oben. So, einer ist tot. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Läuft ihr jetzt quer durch die Festung, oder wie? So, du musst auch weg. Ah, mach ruhig das Leuchtfeuer an. Wird dir nichts bringen. Guck mal, da haben wir doch noch einen. Der Befehlshaber. Der Polymarchen. Keiner zündet hier irgendein Leuchtfeuer an. Und wie mit dir? Ja, jetzt kommen die Kopfgeldjäger. Das war so klar. Erstmal ein paar weniger machen hier. Wer hat die Wölfe rausgelassen? Das gibt's ja wohl nicht. Ach so, das ist sein Wolf. Oder ihr Wolf. Oder wem auch immer. So, wieder einer weniger. Lass den Mist, Mensch. Verdammt. Zu rechts mir aber hier. Oder auch nicht. Polymarch ist schon mal weg. Wolf ist weg. Jede Menge Zeug. Okay. Geh baden. Verdammt. Stirb doch endlich. Verdammt. Hier kann ich mich wieder so ein bisschen hochleveln. so ist gut. Jetzt bist du wieder dran. Na komm. Na, mach doch mal was. Jetzt hab ich ihn. Und tschüss. Der nächste Söldner kommt. Und der Leiche ist sehr nah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017